Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, wir werden jetzt, genau, Yenis hier machen. Und mal in diese Richtung, genau, starten. Nördlich steht da, verbrannten Lande. Ja, ich laufe hier blind durch die Gegend und ja, Heimat, eine Sterne. Irgendso würde ich wirklich gerne mal machen. Muss ja geil sein, ja. Da runter zu juchten. Und das Pad vibriert sich hier in heißen, na mal ehrlich. Yes, sauber. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Und in Richtung dort. Irgendwas wird sich da schon auftun. Ja. Muss ja, geht ja nicht anders. Vöbel sucht westlich des Tors der Jäger. Da muss ich ja jetzt erstmal hin. Die Tore der Jäger. Und dann muss ich nach links, ja. Aber erstmal in Richtung Alt. Norden muss ich gehen, ja. Ansonsten weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Keine Ahnung sonst. Ich hab einfach da in Richtung Norden Punkt gesetzt. Ob es das ist, kann ich euch nicht sagen. So, jetzt komme ich der Sache schon etwas näher. Angeblich leben sie. Bei Salomonese So, hier ist der Punkt. Fast nördlichster Punkt. Ja. Besser kann ich es nicht machen. Okay, achso. Was? Wo denn? Ja, ja. Ja, ja. So. Hier ist da gerade einer. Nee. Okay. So. Ja, nördlicher kann ich ja schon fast gar nicht mehr. Guckt euch da dann. Dann werden wir mal da hingehen. Ist auch wieder ganz da oben. Ah, die Tore. Moment, kann ich da auch hoch? Sieht so aus, als wenn ich da auch hinreisen kann. Ja. Dann machen wir das doch gleich mal. Halt. Teleportieren wir uns mal. Gut. Die Tore gibt es also auch. Und. Da auch. Hm. Die Tore. Ah, guck mal. Die Tore der Jäger. So. Und Föbel. Angeblich leben sie. Westlich. Muss ja da irgendwo sein. Ja. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Um. Die nächste Synchronisation zu machen. Ja, ich. Was soll ich machen, Leute? Es ist nun mal halt so. Die. Ich sag ja, ich könnte einen Witz erzählen, wenn mir einer einfallen würde. Ich sag ja, ich bin nicht der beste. Unterhalter. Aber. Auf eins kann man sich bei mir verlassen, dass ich die Spiele. Vernünftig mache. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Nee, so komme ich da nicht hoch. Aber ich muss da hoch. Oder? Muss ich da hoch? Zwingend? Ja. Ja, ich muss da hoch. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Geht ja nicht anders. Also hier komme ich schon mal nicht hoch. Ich komme hier nirgendwo hin. Aber ich muss doch da hoch. Wie komme ich denn sonst da hoch? Nee. Nee. Sag mal, ist das schon ein Problem hier zu dem Aussichtspunkt? Moment. Kann ich hier hoch? Also irgendwie bin ich sogar zu dämlich, dann da hochzukommen oder seh ich wieder irgendwas nicht? Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Sorry, ehrlich. Das ist doch jetzt was für ein, für ein holen Zahn. Meine Güte. Ja, ich komme da nicht hoch. Absolut nicht. Da oben muss ich hin. Gut. Tö, ich weiß es nicht. Vielleicht finden die hier noch raus. So. Ähm. Wer besucht westlich von Tor der Jäger? Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ja, ich bin nicht jetzt leid. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ja irgendwie da hochkommen können. Naja. Vielleicht versuche ich jetzt später nochmal. Westlich. Der Tor der Jäger. Ja. Boom. Eureka. Eureka. Naja, wenigstens geht das schneller. Ah. Na gut. Nun bin ich ja doch nicht ganz so. Moment, was war das denn jetzt noch? Ach du Schande. Na prima. Gut. Aber die haben da jetzt bestimmt einen Riss. Ja, oder auch nicht. Wer weiß. Schönen guten Abend. Was für Pfeile habe ich denn? Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja. Lieber. Da kann ich nichts machen. Da kann ich gar nichts machen. Nee. Da vorne ist ein Riss. Ja. Ja. Also heißt das, ich muss auf den Riss. und dann muss ich Kante geben. Ja. Komm hier rauf. Komm schon höher. Na. Nöberis. Na einmal. Jetzt bin ich leid. Also muss ich hier verschiedene Schnell zu dem anderen Riss hin. Ja, für rum und Ehre. So, komm. Ich muss schnell ihn hier schaffen. So, jetzt schnell da hinten hin. Oh, ja, 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 ja. Das ist ja ne fiese Sache hier, ey. Das sag ich dir, ne ganz fiese... So, ein Riss. Jetzt muss ich den anderen nehmen. So, jetzt seid ihr dran, Freunde. Wo ist der? Okay. Wo ist der andere? Oh, schau. Das ist ja fies! Oh, ja. Ja. Sehr gut. So, zwei Schätze. Ein Schatz ist da oben. Halt! Hm. Hey, meine Sterne. Ich komm noch nichtmals. Das ist ja sowas von gemein, dieses so aufzuteilen. Ja. Ja. Philbel? Nein, nein. Noch nicht. Halt. So, irgendwo. Aha. Ach, du Schande. Philbel, aber wo ist sie? Okay. Adler, Frau. Er hat gesagt, dass du kommst. Ja, ja, sicher. Klar, logisch. Ich bin ingefahren. Hm. Das sind die Eltern bestimmt. Ja, 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 ja. Guck dir das genau an, du. Oh, ne giftige Waffe. Oh, ne giftige Waffe. Oh, die Boller. Waldfee. So. Bring mir das Mädchen. Das kephalenische Mädchen und ihre Söldnerfreunde sind hier. Also ist es Zeit für eine Familienzusammenführung. Finden sie und bringen sie zum alten Themeons. Wenn wir die Söldnerin nicht finden, lassen wir sie zu uns kommen. Okay. Alles Chlor. Halt. Halt. Ich muss mal eben das Zeichen da weg machen. Ja, ich hab... Es ist echt der Hit. Warum komm ich da nicht rauf? Hm. Das ist echt komisch, muss ich sagen. Halt. Ne, Moment. Da. Okay. So, jetzt gehen wir da hin. Mann. Ehrlich, das ist ja echt heftig hier. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja hier überhaupt schon nicht mehr, was ich machen soll. Und dann noch... Pass mal auf, hinterher kommen irgendwie drei Risse oder sowas. Und dann muss ich gegen 20 hier hin erkennen, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja der Hit. Okay. Die Höhle der... Die Totenkopfhöhle. Dann raus. Zwei Risse. Okay. Hm. Ähm, ich werd mal ein bisschen Licht machen. Weil ich kann mir vorstellen, für mich ist das schon dunkel. Aber dann nehm ich mal an, dass das für euch, wenn man das bei YouTube anguckt, noch dunkler ist. Das ist dann schon... ziemlich... heftig. Warte mal, gucken wir mal. Jo. Jo. Na gut, jetzt kann ich ja nichts dran ändern. Ne. So, mal hier. Ne. Halt. Ne, hinten ist ja, halt. Oder ist das von der anderen Seite? Ne. Ist schon von hier. Okay, komm hoch. Runter. Mhm. Sehr gute Sache. Ja, ne. Vielleicht find ich ja hier was. Angesticket. Da muss ich her. Vielleicht seh den Riss gerade, aber trotzdem werd ich mal ein bisschen Licht machen. Habe ich jetzt schon wieder zischen gehört? Tch. Schlangen. Schlangen. Tote Schlangen. Das ist nicht gut. Tote Schlangen ist überhaupt nicht gut. Schlangen sind ja so schön eklig, aber... Tote Schlangen. Heimat deiner Sterne. Schnell. Moment. Ist da aber ein Riss, ne. Ach. Okay, hier ist nichts. Jetzt muss ich... Moment, ich muss... Da hoch. Jetzt weiß ich ja fast gar nichts mehr hier also, ich weiß nicht wo ich jetzt hier hin muss. also wenn ich tauchen müsste jetzt mal den stab anlegen und ok ok ja gut hab ich jetzt die mit den abklingzeiten hier richtig oder nein nicht Fähigkeiten ja den hab ich ok so das läuft alles wie geplant oder auch nicht wer weiß schönen guten Abend alter tauchen kann ich hier nicht das geht schon mal nicht wo soll ich denn hier hin das ist mehr als verwirrend hier ja ok bin ich jetzt von hier gekommen oder ich glaub ja ne ja 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 ok alles gut gut ich muss irgendwie nach da oben irgendwie muss ich da hin ja komm weiter ja 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 dann äh kannst du mal da hoch ich will da oben hin ja aber das gibt's doch jetzt nicht oder ja Moment ich komm nicht weiter ich komm nicht weiter ich komm nicht weiter ja ja da komm ich nicht hin ja dann geh ich mal in diese Richtung ja in diese Richtung du komm hoch ich bin fast so weiter ich sage ich mach den scheiß aus sie können mich mal ehrlich ja absolut so weit bin ich gerade aha ein Riss so schnick schnack Riss bedrehen ja mal na rum komm dann so was der andere Wo ist die andere? Wo ist die andere? Ach, da unten! Ja, da kommst du jetzt nicht mehr raus, mein Freund. Achso, ist erledigt. Bin ich gar nicht mehr gebraucht. Bin ich gar nicht mehr gebraucht. Okay. Flutsch. Und weg. Heure Kai. Nein. Moment. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. Also jetzt. Ich bin hier am Suchen, am Machen und am Tun. Hier ist nichts. Feuer! Scheiße! Oh Mann! Okay. Da muss ich her. Aber wo komm ich wie und überhaupt? Ja. Da komm ich zwar nicht, da komm ich nicht durch. Sorry. Sorry, dass ich jetzt... So, hier um sich durch. Ah! Nee, doch nicht. Ich dachte wirklich, ich hätte es gefunden. Aber ist nicht. Aber ist nicht. Ja. Aber hier komm ich nirgends wohin. Hier ist ein Schatz. Hier war ich schon mal nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ach. Ah. 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 Hm. Wir wollen mal hier hin. Vielmehrlich muss ich von hier durch die Brust ins Auge. Keine Ahnung. Was jetzt? Was denn jetzt hier? Ach, hier komme ich wieder raus. Na, ist ja sauber. Ja. Super. Ich bin mehr als sprachlos. Ich komme mir gerade vor wie der letzte Lappen. Nein, ernsthaft. Es ist... Weißt du, du kommst da nicht hoch. Da ist er nicht hoch. Da drüben ist auch ein Spalt. Ja, hier. Tolle Wurst. Aber hier komme ich ja nicht hoch. Nee. Das wäre ja zu einfach, obwohl da oben ist. Die Sache. Hallo? な... 1. 1. Das war's. Ja. Geht so. näher gekommen oder auch nicht ich habe keine ahnung ich hab so und so keine ahnung von nichts und überhaupt nichts so langsam wenn ich wirklich an dem punkt wo ich sage wisst ihr was leckt mich am arsch ja hier sind ja noch immerhin drei schätze ist ja nicht wenn er seine teile liegen das ist ja schon mal das ist schon mal gut Aha, da ist der zweite Riss. Ist schon mal gut. Ja, ist schon mal gut, dass der zweite Riss... Geht doch runter! Okay... Oh... Huh? Wo ist der? Ja, scheiße, hier bin ich. Jawoll! Aber wir sind noch nicht fertig. Ich... Nee. Einer ist noch da oben. Da nehm ich mal doch an, der da zum Riss, ne? Ich hab den ja da oben gesehen. Ach nee, der ist... Guck mal, jetzt ist er da unten. Mensch, geh doch doch runter, verfluchte Axt, ey! So, jetzt wird das Leid hier. Oh! Sag mal, das kann es doch nicht wahr sein! Ich drück runter, wirklich! Ich drücke runter und was passiert? Sie klettert hoch! Mann! Ich glaube, ich... Was ist das? Demo, woher denn jetzt? Ich kletter einfach da oben, dann... Sag mal... De... So, jetzt gehen wir hier lang. Ja. Oh, ich... Ich scheine anzukommen. Mann! Ist ja Wahnsinn! Ja. Ja, das ist nur, weil ich ja im Grunde genommen... noch einen Schatz nehmen muss. Was? Das geht nicht? Okay. Verstehe ich. Ja, okay. Hier geht's hoch. Okay, okay. Oh, da ist was. Da sieht's aus wie ein Schatz. Zack, die Bohne! Äh... Ein paar Stiefel... Jetzt haben wir auch nix. Okay. Was ist das? Sag mal, das gibt's doch nicht! Ja, das soll doch so sein. Ja! Das ist doch ein Straubelmaster! Du brauchst gar nix! Du brauchst... Du brauchst... Du brauchst... ...wir ent wirkliche Trüge. Ja. Ach. Was... Das warst... ...das warst du. Du brauchst gar nix! Hörst... Ja, mach ich. Ich bin gerade dabei. Komm, dann schaffe ich noch. Kugel des Hades. Diese Kugel fügen Schaden zu und entziehen Adrien. Zerstöre sie mithilfe von Fallen oder Spezialfähigkeiten. Gefallen. Vielleicht hat sie Böbel gesehen. Okay. Was kommt denn dann noch alles? Heimat, deine Sterne. Ja. Mittlerweile muss ich man wirklich sagen, wow. Was ist denn die Fähigkeit? Habe ich gar nicht im Drift gezogen. So. Sack hier. Kann da wohl nicht wahr sein. Okay. Spezialfähigkeit. Halt, Moment, Moment, Moment. Sekunde, Leute. Ich muss mal eben was gucken. Ja, Freunde, also, es ist mal wieder soweit. Wir sind schon wieder weit über 30 Minuten. Und ja, ich würde sagen, egal wie es euch jetzt gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Bye.